Adele kann es nicht glauben, Dwayne besuchte ihre Show. Das haut wohl selbst Superstar Adele, 34, aus den Socken. Die Singersongreiterin konnte schon den ein oder anderen Preis für ihre Arbeit abstauben. Mehrere Grammys, ein Oscar und ein Golden Globe gehören zu ihren Auszeichnungen. Auch Country-Legende Shania Dwayne, 57, kann damit Come On Over, das als das meistverkaufte Album einer Solo-Künstlerin zählt. Mithalten. Adele kann es nicht glauben, dass ausgerechnet Shania eines ihrer Konzerte besuchte. Das Beweisfoto postete die Britin in ihrer Story auf Instagram. Darauf zu sehen ist sie selbst. Wie sie gerade in einem eng anliegenden schwarzen Kleid performt. Im Hintergrund lächelt ihr Shania entgegen. Auch sie hat sich mit einem großen Hut und einem grünen Kleid richtig in Schale geworfen. Davon habe Adele jedoch erst im Nachhinein etwas mitbekommen. Zum Glück hast du einen Hut getragen. Ich wäre in Flammen aufgegangen, hätte ich dich gesehen. Ich verehre dich und kann nicht glauben, dass du meine Show besucht hast, schrieb die Hallo-Interpretin zu dem Schnappschuss. Die Country-Musikerin ist jedoch nicht Adels einziger berühmter Fan. Auch Rapper Stormzy, 29, kann von ihr nicht genug bekommen. Denn andersherum war die Rolling-Insel-Deep-Sängerin bei einem seiner Konzerte aufgetaucht. Ich war schon immer ein großer Fan. Sie kam zu meiner Show in London und ich war sehr, sehr beeindruckt. Extrem verblüfft, hatte er bei der Jonathan Ross Show zugegeben. Der Britte habe sich so sehr gefreut, dass er sie sogar viermal umarmte. Und dann war sie so sehr, sehr gut.